Hallo und willkommen Whiskeywaiter. Heute bin ich mal wieder in Irland unterwegs. Ich habe hier einen Whiskey auf dem Tisch, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen. Wie bin ich darauf gekommen? Einer von euch hat mich darauf gebracht. Ich weiß gar nicht mehr unter welchem Video es war, aber irgendjemand von euch hatte unter einem Video vor ein paar Wochen kommentiert, kannst du nicht mal diesen Whiskey verkosten? Wird mich total interessieren, wie du den findest. Ja, normalerweise ist das nicht immer ganz so einfach, weil hier steht noch so viel rum. Nichtsdestotrotz habe ich mal geguckt, was ist das überhaupt? Hab gesehen, der ist gerade super günstig im Angebot. Ja komm, nimmst du mal eine Flasche mit. So, was haben wir heute? Wir haben heute den Rowe & Co. Irish Whiskey. Blended Irish Whiskey. Rowe & Co. Ja, zudem muss man echt ein bisschen was erzählen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber als erstes muss ich was zum Preis sagen. Wenn man in den normalen Shops guckt, liegt der Whiskey zwischen 25 und knapp über 30 Euro. In der Regel so 26, 27, 28 Euro. Wenn man bei Amazon guckt, der gerade im Angebot ist, man ihn im Sparabo kauft und noch einen Gutschein aktivieren kann oder oder oder, kriegt man den unter Umständen auch deutlich günstiger. Ich habe bezahlt für diese Flasche mit Sparabo und schieß mich tot. Sonderaktion 18,69 Euro. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Gesagt, getan, mitgenommen, bestellt. Wir haben ein Blended Irish Whiskey. Blended Irish Whiskey. Ist jetzt für mich die Frage, ist es aus mehreren Brennereien oder bedeutet das Blended, weil der Malt & Grain Whiskey enthält? Der enthält auf jeden Fall Malt & Grain Whiskey. Ob der jetzt aus verschiedenen Brennereien kommt, weiß ich nicht genau. Komme ich später nochmal drauf. Aged in Bourbon Casks. 70cl Flasche mit 45% Alkohol. Preis habe ich gerade schon gesagt. Wo kommt der Name her? Row & Co. Das steht hier ganz klein auf der Seite, aber ich finde es cool, dass sie es überhaupt mit auf die Flasche schreiben. Und dieser St. Patrick's Tower und der Birnenbaum stehen wohl auf dem Gelände der Guinness Brauerei in Dublin. Und was ich jetzt gerade erst beim Lesen gesehen habe, dass Guinness auch zu Diageo gehört. Krass, wusste ich gar nicht. Apropos Diageo. Row & Co. gehört auch zu Diageo und ist im Prinzip deren irische Vertretung. Damit hat Diageo auch was Irisches, nachdem sie Bushmills vor ein paar Jahren verkauft haben. So, der Whiskey ist gefärbt, aber nicht kühl gefiltert. Mir gefällt es, dass ich für den Preis einen nicht kühl gefilterten Whiskey mit 45% bekomme. Dreifach destilliert. Irish Whiskey Dublin. Färbung ist natürlich ein bisschen schade, aber egal. Dann habe ich gerade gesagt, ich weiß nicht, ob der aus einer oder aus mehreren Brennereien kommt. Da steht leider nichts dazu. Weder auf der Flasche, noch auf der Homepage. Bei mir ist Blended Whiskey immer so ein bisschen behaftet mit, der kommt aus mehreren Brennereien, sonst wäre es ein Single Malt. Aber wenn es halt aus mehreren Getreidesorten, nämlich Malt & Grain, besteht, ist es halt auch ein Blended Whiskey. Sei denn, ich bin gerade zu blöd und kann das nicht richtig unterscheiden. Wenn das so ist, haut es mir bitte in die Kommentare. Ich muss gestehen, so oft habe ich mich mit dem Begriff Blended jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Grain Whiskey ist natürlich aber auch schon Whiskey einfach mit ungemälzter Gerste. Also auch das kann natürlich dann einfach reines Malt sein, halt gemälzt und ungemälzt. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß jetzt auch nicht, aus welchen Brennereien oder aus welcher Brennerei es kommt. Was ich weiß, ist, dass die Row & Co. Distillery inzwischen existiert auf dem Gelände oder neben der Gelände der Guinness Brauerei. Da wurde sie 2019, glaube ich, gebaut und damit, wenn man jetzt mal rechnet, wir haben jetzt April 2023, wäre potenziell der Whiskey dreieinhalb Jahre alt. Damit könnte man auf jeden Fall schon den eigenen Whiskey benutzen. Ob das so ist, ob man noch sourcet, ob man ein Teil sourcet, ein Teil selbst produziert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, es steht nirgendwo. Leider, leider, keine Ahnung. Egal, wir gucken uns an, wie der Whiskey schmeckt. Hoppala. Also, erste Nase ist auf jeden Fall eine schöne Fruchtigkeit, schön frisch. Ich habe helle Früchte, ich habe massiv Vanille und ich habe eine ganz leichte Klebstoffnote, die mir zeigt, da ist halt auch Grain Whiskey mit drin. Aber er ist total angenehm in der Nase, vom Alkohol keine Spur. Ich habe Vanille, ich habe ein bisschen Uro-Kleber, ich habe eine ganz leichte Holzigkeit im Hintergrund. Wie gesagt, helle Fruchtigkeit, aber nicht so richtig definierbar. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht helle Äpfel, Birne, Pfirsich. Die Vanille kommt ein bisschen deutlicher durch. Die Klebstoffnote ist leicht da, aber nicht unangenehm. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ein Grain Whiskey. Nee, sie ist da, sie gibt dem so ein bisschen halt was mit, aber halt nichts Unangenehmes. Der ist jetzt nicht super komplex oder sowas, aber wie gesagt, für einen Whiskey für unter 20 Euro erwarte ich das auch eigentlich nicht. Er hat aber auch nicht großartig Fehlaromen. Also, selbst die Klebstoffnote ist für mich gerade nicht unbedingt ein Fehlaroma, weil sie sehr angenehm ist. Zum Wohl. Im Geschmack kommt mir das dann doch ein bisschen mehr durch. Ich habe die Klebstoffnote, ich habe Tannine, ich habe ein bisschen Bitterstoffe. Der hat auf jeden Fall Fass gesehen. Die Nase hat mir besser gefallen. Er ist okay. Er ist, wie gesagt, fruchtig, weich, rund. Hat so ein bisschen seine Schwachstellen, die einfach daherkommen, weil da ein wahrscheinlich relativ großer Grain-Anteil mit drin ist. Aber ich sage mal, für Whiskey-Einsteiger, für Liebhaber von nicht allzu preisintensivem irischen Whiskey, für Grain-Liebhaber oder für Leute, die sagen, ich kriege auch für unter 25 Euro guten Whiskey. Also, das ist ein absolut solider Whiskey. Er ist nicht schlecht. Klar, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen was anderes gewohnt, aber ganz ehrlich, für 19 Euro machst du mit dem absolut nichts falsch. Den kannst du sowohl pur trinken, schön irgendwie, ich glaube, gerade im Sommer ist der total angenehm, wenn es draußen warm ist. Beim Grillen, so ein Gläschen davon nebenher, da tut halt keinem weh. Das ist nicht super anspruchsvoll. Es ist easy zu trinken, kostet nicht viel und es tut dir auch nicht weh, wenn du die Flasche auf den Tisch stellst und deine Freunde, die sich nicht so sehr für Whiskey interessieren, kippen das Ding in die Cola. Und genauso stellt jemand auf den Tisch, will das Ganze mit Cola mitmischen, du magst es vielleicht lieber pur. Das schmeckt halt trotzdem noch nach Whiskey und nicht nach Plörre. Also, um es nochmal klar auszudrücken, 30 Euro oder 27 Euro oder so wäre mir der Whiskey nicht wert. Für 20 Euro kann man den mitnehmen. So eine schöne Beifangflasche, ne? Tut nicht weh, die hilft einem meistens, wenn man irgendwie noch über den Mindestbestellwert kommen muss. Dann kann man die mal mitnehmen. Wie gesagt, 27 Euro wäre mir too much. 18, 19, 20 Euro. Okay. Geschmacklich. Bisschen eindimensional. Leider zu viel von dem Grain mit drin. Nase gefällt mir inzwischen ganz gut. Auch hier merkt man ein bisschen den Grain-Anteil. Aber ansonsten hat er schon eine schöne Nase. Geschmacklich dann leider nicht mehr ganz meine Welt. Aber trotzdem auch nicht verkehrt. Nichts Schlechtes. Und dem Preis auf jeden Fall angemessen. Da gibt es wesentlich, wesentlich schlechtere Sachen. Gut. Haut mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Whiskey kennt. Ob ihr den probiert habt. Und was eure Meinung zu dem ist. Ich habe gesehen, inzwischen gibt es den wohl auch noch mit verschiedenen Reifungen. Ich meine, ich hätte irgendwas gesehen, dass es den auch mit einem Import-Finish oder so gibt. Das wäre natürlich nochmal spannend zu sehen, wie der schmeckt. Gut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Würde mich total freuen, wenn es mit einem Daumen nach oben belohnt. Den Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut doch gerne mal bei Ko-Fi oder bei mir. Ko-Fi slash The Whiskey Waiter. Da könnt ihr den Kanal ein wenig unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.